Was geht ab? Hier ist wieder Duddy von der Ausleger. Heute geht es wieder um die Whopper Plopper. Diesmal zum Zerreißtest mit dem Zerstörer Teil 2. Wir gucken uns die untere Öse mal an. Wir gucken was die Drillinge können und lasst euch einfach mal überraschen. Und deswegen kommt der Zerstörer wieder zum Einsatz. Die Köder habe ich jetzt wieder an den entsprechenden Ösen bestückt mit den Sprengringen. Wie beim letzten Mal. Die können ja 37, 38 Kilo ab, was wir gelernt hatten. Ziel ist es einfach das jetzt einzuspannen in unseren Zerstörer. Genau so und zu testen was die Öse hier am Köder abkann. Und danach testen wir auch noch die Drillinge. Dort machen wir es genauso. Wir schauen was die originalen Sprengringe können. Was die Drillinge können. Hier oben wieder der große Sprengring. Dazwischen haben wir jetzt einfach mal Tightline geschalten. 1, 2er Tightline. Vorfachschnur doppelt gebunden. Sollte also reichen. Übrigens mal ein kurzer Tipp aus eigener Erfahrung. Ich benutze schon lange Sprengringzangen von allen möglichen Herstellern in allen möglichen Versionen. Persönlich habe ich die besten Erfahrungen auch in der Produktion selber mit diesen Zangen. Es gibt eigentlich nichts besseres. Die sind sogar relativ günstig mit ungefähr 10 bis 15 Euro. Wenn du so eine coole Zange im Shop sehen möchtest, schreib mir mal einfach einen Kommentar rein. Gleicher Aufbau wie beim letzten Mal. 5 Kilo. Über 10 Kilo. Wir sind bei über 20 Kilo. Und jetzt ist eigentlich schon ausreichend bewiesen. Über 35 Kilo. Und schaut mal was die Ringe machen. Wir haben die 38 Kilo geknackt. Die Sprengringe, die großen sind wieder aufgebogen. Es ist absolut nichts passiert mit der unteren Öse. Aber auch nicht hier. Der Schwanz dreht sich immer noch ganz leichtgängig. Hier ist nichts verzogen. Wahnsinn. Den gleichen Test mit dem 190er Firetiger. 5 Kilo plus. 10 Kilo. 30 Kilo. 35 Kilo plus. Und die Sprengringe gehen wieder auf. Knapp 38 Kilo. So viel wie die Sprengringe halt schaffen die großen. Sie sind aufgegangen. Der Schwanz dreht sich immer noch perfekt. Die Achse hat sich nicht verzogen. Nichts ist ausgerissen oder irgendwie defekt. Alles wunderbar. Jetzt kommen wir zu einem Test, der mich persönlich sehr interessiert. Was können die originalen Drillinge? Was können die originalen Sprengringe? Prinzipiell zeigt uns dieser Versuchsaufbau, wie das ausschauen würde bei einem Fisch, der gut gehakt ist. Sprich, der Drilling ist komplett mit der Flunke im Fisch drin und nicht nur an der Spitze. Also im besten Falle, was kann der Drilling hier bringen? Der Versuchsaufbau ist wieder ähnlich. Der große Sprengring, doppelte Tightline 1,2er. Der River to Sea Drilling, River to Sea Sprengring, Tightline. Der große Sprengring und natürlich die Zugwaage. Wir schauen jetzt, ab wann sich der Haken wirklich verformt. Erstmal natürlich nur elastisch, was normal ist, was auch sein soll. Und dann, wann er wirklich aufgeht und sich plastisch verformt. 5 Kilo, 10 Kilo, 15 Kilo plus. Wir gehen an die 25 Kilo und langsam merke ich, das Elastische geht rüber ins Plastische. Noch hält der Haken. Jetzt, spätestens jetzt, wäre der Fisch ausgestiegen, wenn die eine Flunke nur drin ist. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Bei 33 Kilo sieht der Haken entsprechend aus. Kurzes Fazit. Und in meinen Augen ist der Haken und auch die Drillinge vollkommen tauglich, auch für Großfisch. Also eine Zugkraft von mindestens 20 Kilo kriegen wir locker hin. Ab 24, 26 Kilo hat man gesehen, dass es vom Elastischen eher ins Plastische reingeht. Und dass der Haken dann wirklich aufmacht. Bei etwa 30 Kilo. Das ist eine Kraft, wie im ersten Video besprochen, die man sowieso nicht aufbringen könnte. In meinen Augen ist der Haken vollkommen wallertauglich. Gleicher Aufbau. Jetzt versuchen wir es mal mit dem kleinen Drilling von den 130ern mit dem gleichen Sprengring. Hier mal im Vergleich der 1.0er Dreizack Light aus dem Shop. Also wenn dieser kleine leichte Haken seine 20 Kilo bringt, dann wäre ich schon sehr, sehr zufrieden. 5 Kilo, 10 Kilo, keine Probleme. 15 Kilo, wir sind bei 20 Kilo und noch sehe ich keine großen Abnutzungen. Jetzt kommt der Haken aber schon langsam. Also 25, 26 Kilo, jetzt wird es brenzlig. Nahezu bei 30, 31 Kilo würde der Fisch jetzt wirklich ausschlitzen. Also ich denke spätestens jetzt ist es vorbei. Hier sieht man es ganz genau. Der Haken hat auf jeden Fall seine besten Tage gezählt. Aber mit einem Spitzenwert von 25 bis 30 Kilo, bis da wirklich der Fisch ausschlitzen würde, sind wir eigentlich sehr, sehr gut dabei. Ich bin positiv überrascht über so einen kleinen, feinen Drilling, dass der so viel aushält, hätte ich selber nicht gedacht. Sprengringe sind top, da muss man gar nichts sagen. Ja, genug bewiesen. Also ich glaube mit dem Test ist jetzt wirklich ein für allemal bewiesen, der Wopper Plopper ist garantiert großfischtauglich. Also ich bin selber so ein bisschen verblüfft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dem Drilling nicht so viel Kraft oder nicht so viel Power zugemutet, gerade weil er halt, ja, das Original war. Und da muss man ja immer ein bisschen was austauschen in der Regel. Die untere Öse, also klasse, man kann nicht meckern. Die großen Sprengringe sind alle kaputt gegangen. Alles über 30 Kilo. Ich denke, damit ist bewiesen, was hier wirklich Qualität ist. Natürlich lasse ich mich nicht lumpen und habe mir aufgrund diverser Kommentare in gewissen Foren auch mal so einen China Wopper Plopper bestellt. Den gibt es von verschiedenen Herstellern. AliExpress. Der kostet 3 bis 5 Dollar. Ich habe auf jeden Fall schon so ein kurzes Feedback bereit und in meinen Augen... Allein von der Haptik, von der Optik, von den Drilling her... Alter, willst du mich verarschen? Das seht ihr im nächsten Video. Also abonniere meinen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat. Auf Gefällt mir drücken, Glocke aktivieren. Kannst du da unten rechts oder unten links finden. Und ja, bis zum nächsten Mal mit dem Test vom China Fake. Bis dann. Jetzt habe ich es fast vergessen. Ich habe noch den 190er hier, Glow in the Dark, zu verschenken mit einer Doody-Signatur drauf. Ich habe jetzt hier alle Kommentare bzw. alle Leute aufgeschrieben. Ich mixe jetzt einfach mal durch und nehme mir eine Person da raus. So. Also. So. Ich denke mal, das reicht. Jetzt gucken wir mal, wen wir hier haben. Also. Zack. Jetzt gucken wir mal. Okay. Das ist ja fast Schiebung. Thomas Hopf. Viel Spaß mit deinem Gewinn. Ja, warum ich jetzt so lache ist, weil Thomas Hopf hat jetzt in den nächsten Wochen einen Workshop mit mir zusammen. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf. Dann gibt es ja noch ein Geschenk zum Workshop dazu. Viel Spaß, Thomas. Also.